Anzeige an dem Wochenende, als Facebook in die größte Krise seiner Geschichte stürzt, und alle Welt darauf wartet, dass Sheryl Sandberg die Sache erklärt, stellt sie ein Foto ins Internet. Es zeigt die Managerin, wie sie fröhlich mit einer Freundin Kaffee trinkt. Zu der Zeit verbreitet sich die Nachricht, dass die Firma Cambridge Analytica auf die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern zugriff. Die Amerikaner erfahren gerade, dass ihre persönlichen Informationen vielleicht eingesetzt wurden, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Tausende kündigen sofort an, ihr Facebook-Profil zu löschen? Sie fühlen sich von dem Netzwerk, dem sie so viel über ihr Leben anvertrauten, betrogen. Sandberg berät in die Kritik Anzeige Investoren, Datenschützer, Nutzer, sie alle hoffen an jenem Samstag und Sonntag vor zwei Wochen darauf, dass ein Verantwortlicher etwas zu den Vorwürfen sagt. Entweder mag Zuckerberg, der Gründer von Facebook, oder Sheryl Sandberg, seine rechte Hand. Aber Zuckerberg ist vollkommen abgetaucht, und von Sandberg sieht man nur, wie sie vor großen Pappbechern von Starbucks sitzt. Lesen Sie auch Cambridge Analytica-Skandal unheimlich und schockierend, was Facebook so alles sammelt. Sandberg berät nun immer stärker in die Kritik. Viele Amerikaner sind irritiert, dass die Frau, die so etwas wie das gute Gesicht von Facebook sein soll, weitgehend schweigt. Dabei gilt sie als eine Managerin, die eigentlich immer alles richtig macht. Als eine Überfrau, die ihre Talente schon so oft bewiesen hat. H. Wart Diplom, Job im amerikanischen Finanzministerium, dann bei Google, dann bei Facebook, Bestseller-Autorin, Mutter zweier Kinder. Zudem ist Sandberg eine begnadete Kommunikatorin. Sie findet sogar in persönlichen Katastrophen den richtigen Ton. Als ihr Mann vor drei Jahren beim Training in einem Fitnessstudio starb, schrieb sie auf Facebook einen Beitrag, der Millionen zu Tränen rührte. Zu kurze Entschuldigung im Fernsehenanzeige aber nun, bei Facebooks Datenskandal, ist alles anders. Sandberg scheint sich plötzlich nicht mehr äußern zu wollen. Und was sie sagt, als sie es doch tut, genügt bei weitem nicht, um die Menschen zu beruhigen. Am 22. März, Tag 6 der Affäre, tritt Sandberg zum ersten, und bis heute einzigen Mal im Fernsehen auf, bei dem Sender CNBC. Sie blickt betroffen, sie entschuldigt sich, das war ein großer Vertrauensbruch, sagt die Managerin, es tut mir leid, dass wir so viele Menschen enttäuscht haben. Anführungszeichen das sind Worte, wie man sie in Amerika erwartet. Aber es sind sehr wenige, und sie lassen die Kritiker nicht verstummen. Einer, der sich in der Öffentlichkeit besonders verärgert gibt, ist Rogam Knamey. Der US-Investor behauptet, er habe Zuckerberg vor zehn Jahren dazu ermuntert, Sandberg von Google abzuwerben. Nun ist er offenbar enttäuscht. Sie habe viel Applaus dafür bekommen, dass Facebook so schnell wuchs, und so profitabel wurde, sagt Knamey. Aber jetzt, da die dunkle Seite des Erfolges sichtbar werde, müsse Sandberg Verantwortung übernehmen. In Amerika zählt die öffentliche Buße in den Medien, mag sie bisher zurückhaltend auftreten. Hinter den Kulissen ist Sandberg sehr umtriebig. Wie es heißt, trifft sie sich in diesen Tagen häufig mit Werbefirmen und Politikern, um die Wogen zu glätten. Aber gerade in Amerika zählt eben vor allem die öffentliche Buße. Mancher Insider glaubt, dass der Kongress in Washington Facebook-Chef Zuckerberg nicht vorgeladen hätte, wenn Sandberg schneller mit einem Statement gekommen wäre. Lesen Sie auch Wettbewerbsrecht hat Facebook einfach zu viel Macht über den Nutzer. Tatsächlich steht Sandberg im Zentrum des Geschehens, auch wenn sie selbst wohl nicht so ein Rechtes tat. Die Frau entwarf für Facebook das Geschäftsmodell, das nun in Verruf geraten ist. Personalisierte Werbung Das Sammeln von Nutzerdaten, die Firmen ermöglichen, gezielt Anzeigen zu schalten. Facebook machte damit im vergangenen Jahr 40 Milliarden Dollar Umsatz. Wenn die Nutzer sich nun darüber empören, dass das Netzwerk Liekes und Urzangaben analysiert, dann ist das ein Angriff auf Sandbergs Schöpfung. Kämpft Sandberg um ihre eigene Marke. Aber warum bleibt ausgerechnet die Frau, die immer die richtigen Worte findet, jetzt so ruhig? Eine Erklärung könnte sein, dass Sandberg ihrer eigenen Marke nicht schaden will, indem sie sich jetzt in diesen Kampf stürzt. Sandbergs Strahlkraft reicht inzwischen weit über Facebook hinaus. Für Frauen weltweit ist die Autorin von Leanne Inn, eines Management-Ratgebers für weibliche Führungskräfte, ein großes Vorbild. Und manche trauen ihr mehr zu, als die Nummer zwei von Facebook zu sein. Anzeige mit ihrer Erfahrung bei den Tech-Giganten des Silicon Valley und ihren Kontakten in die Washingtoner Politik könnte sie, heißt es, zu höherem Berufen sein? Einige sagen, Sandberg werde Facebook-Chefin, sollte Zuckerberg mal zurücktreten. Andere meinen, sie werde eines Tages Amerikas Präsidentin. Was weiß Facebook eigentlich über mich? Das Video konnte nicht abgespielt werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Facebook speichert alles. Von Chats, Fotos, Übersuchbegriffe, die jemals eingegeben wurden. Die gesammelten Daten können abgerufen werden. Weltwirtschaftschef Olaf Gersemann erklärt, wie das geht. Quelle Welt-Olaf Gersemann Welt-Olaf Gersemann